Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Entomological World. Heute möchte ich mit euch wieder ein spezielles Thema durchnehmen und zwar die Präparation von Mantin für eine entomologische Sammlung. Ganz speziell jetzt hier um eine sehr schöne grüne Art und auch eine recht seltenere Art, die Coiradodes Speck. Da ich jetzt leider nicht mehr genau weiß um welche Art es sich handelt. Das werde ich dann nach dem ganzen Prozess anhand des Schildes erst wieder herausfinden können. Daher jetzt erstmal nur als Speck. Ja wie ihr seht habe ich die Tiere hier in der Flüssigkeit zu schwimmen. Das ist nicht irgendeine Flüssigkeit, das ist Aceton. Denn Aceton hilft dabei bei Mantinen oder auch Libellen die Farbpigmente zu erhalten. Das heißt wenn ich jetzt einfach so eine grüne Mantide oder eine Libelle präpariere und sie ausnehme, besteht halt die Gefahr, dass ich beim Ausnehmen die ganzen Farbpigmente innen drinne mit abwische, zerstöre und kaputt mache. Und auch stoppe ich durch das Acetonbad jetzt die Vergelbung. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, wie sie beim Kleintier schon angefangen hat. Ja deswegen ein Acetonbad. Nachteil ist, nach dem Acetonbad muss man die Tiere wirklich recht schnell reparieren. Denn das Aceton härtet die Tiere auch aus. Also sie sind danach nicht mehr so schön beweglich. Das ist was man auch beachten muss. Hier schwimmt noch ein Beinchen. Und deshalb schnell machen. Die zweite Sache ist, dass man sich auch einfuchsen muss, wie lange die Tiere im Aceton drinne bleiben müssen. Für unterschiedlich große Tiere braucht man unterschiedlich lange. Ich habe die Tiere jetzt gut zehn Minuten drinne gelassen. Also recht kurz. Bei größeren Tieren kann man das auch gut eine halbe Stunde machen. Aber ich wollte es jetzt erstmal ein bisschen weniger machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich werde jetzt erstmal grob die Beine in Position schon mal bringen. Und ich merke schon, dass es alles schon ziemlich fest ist. Also es ist echt schwierig. Was ich vorhabe bei der großen auf jeden Fall, dass ich irgendwie die Fangarme noch vor der Schildkriege oder so irgendwie an die Seite kriege, dass man die wenigstens ein bisschen dann erahnen kann. Na doch, die kann man recht gut vorholen. So. Weil ich mache ja eine entomologische Sammlung mit Gottesanbeterin. Das heißt, ich habe von sämtlichen Arten Tiere präpariert für die Sammlung und auch deren Theken dazu. Und das ist dann quasi ein riesengroßer Anschauungskasten, der dann irgendwo an der Wand hängt als Anschauungsmaterial. Natürlich alles dann immer fein säuberlich beschriftet. So. Jetzt habe ich die Fangarme schon mal vorgeholt. Ja, viel gibt es ja bei dem Tier nicht jetzt zu auszunehmen und zu präparieren. Was ich halt wirklich machen werde, so die Arme jetzt hier. Also erstmal kriegt seine Nadel durch den Körper. Und zwar hier unten. Weil das kommt ja wie gesagt eh in meine Sammlung. Damit haben wir es hier jetzt erstmal ein bisschen fixiert. Normalerweise macht man ja die Beine bei solchen Sammlungen ja so, dass sie nicht schnell abbrechen können. Also eigentlich versteckt man die Beine unterm Körper. Einfach zum Schutz. Ich werde sie jetzt aber daher, dass der Körper ja eh ein bisschen breiter ist. Also hier oben werde ich diese breiter ausnutzen. Und die Beine dementsprechend auch hier unten so breit fixieren. So. Damit haben wir jetzt erstmal die Beine fixiert. Wunderbar. Der Körper ist leicht schief hier. Das Vorteil, der Vorteil ist jetzt bei den Tieren, die sind halt recht klein. Gerade bei der kleinen ist sie noch kleiner. Ich könnte mir jetzt die Mühe machen, um sie auszunehmen. Finde ich, macht jetzt aber bei dieser Größe keinen Sinn. Also ich habe jetzt wesentlich größere Schmetterlinge auch schon unausgenommen einfach trocknen lassen und da jetzt nichts Negatives feststellen können. Fürs Gewissen kann man es machen. Tut jetzt aber meines Erachtens nicht Not. Da ich sonst wieder Gefahr laufe, dass ich jetzt hier beim Ausnehmen das ganze Grüne aus dem Körper raushole, zumal das Tier eh schon leicht gelblich angelaufen ist durch die Trocknung, möchte ich da jetzt nichts weiter riskieren. Was man normalerweise bei der entomologischen Präparation von Gottesanbeterin noch macht, ist, dass man teilweise dann eine Seite der Flügel aufstellt. Gerade wenn man Dubletten hat, also mehrere Exemplare einer Art, versucht man immer bei ein bis zwei Exemplaren, wenn da irgendwelche besonderen Merkmale drauf sind oder so, eine Seite der Flügel aufzustellen, aufzurichten. Ähnlich wie man es auch bei den Heuschrecken macht. Und die Fangarme werden so positioniert, dass man sie halt auch gut betrachten kann. Es sind halt alles immer Richtlinien. Es gibt in dem Sinne aber keine spezielle festgelegte Norm oder ein Regelwerk, denn am Ende handhabt jeder das irgendwie anders, wie er selber auch dann den Platz zur Verfügung hat und selber in der Lage ist, die Sachen zu präparieren. Das ist ja auch immer so. Nicht jeder kann da jetzt die Flügel groß präparieren. Das geht manchmal einfach nicht. Oder manche können es auch einfach nicht. Und deswegen. Manche wollen halt trotz all dem, auch wenn es eine wissenschaftliche Sammlung ist, die Ästhetik irgendwie beibehalten. Ich überlege gerade, ob ich die Arme noch ein bisschen weiter reinhole. Ja, manche wollen halt die Ästhetik beibehalten. Von manchen steht wirklich die Wissenschaft im Vordergrund. Jetzt die Frage, was sieht besser aus? Lasse ich die so oder lasse ich die so? Ich glaube, ich mache das wieder zurück. Dann mache ich den rechten Arm. Den Platz muss man halt dem Tier dann einfach geben. Zum Beispiel präparieren die Europäer komplett anders als die Asiaten. Das kann ich euch sagen. Asiaten, die Käfer präparieren, das ist so krass, so genial, wie die das machen. Ich achte auch schon, dass ich immer eine gewisse Symmetrie irgendwie reinbekomme, auch wenn in der Natur an sich nichts symmetrisch ist. Finde ich, wirkt es für das Auge trotzdem immer besser. Ja, das ist es jetzt eigentlich schon. Und weil sich die Methode jetzt bei dem Kleintier auch nicht anders verhält, zeige ich euch die jetzt im Schnelldurchlauf. So, ja, das war es dann. So einfach lassen sich eigentlich Mantinen präparieren. Wie man jetzt Mantinen ausnimmt, kann ich euch gerne auch nochmal zeigen. Wenn euch das interessiert, schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mir ja mal eure Erfahrungen sagen, wie ihr den Farberhalt bei Gottesanbeterin macht. Jetzt muss man kurz gucken, was das hier für ein Bein ist. Anscheinend gehört das nicht zur Mantide. Ja, wie ihr das mit dem Farberhalt macht, ob ihr auch schon Erfahrung mit Aceton habt oder ob ihr ganz andere Methoden habt. Wie ihr generell eure Mantinen zum Beispiel präpariert. Und, ja, schreibt dies in die Kommentare. Teilen, liken, abonnieren. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mal schauen. Vielen Dank.